Es fällt Kostas Papas schwer, über das zu sprechen, was in diesem Haus, in seinem Dorf 1943, geschah. An diesem Ort hier haben die deutschen Soldaten gemordet. Bei dem Massaker wurden auch Angehörige meiner Familie getötet. Die wohnten da oben, mein Großvater und vier meiner Geschwister im Alter von zwei bis neun Jahren. Die Deutschen haben die Kinder nach oben geworfen, um sie in der Luft mit ihren Bayonetten zu erstechen. Für die Soldaten war das wie ein Spiel. Es ist einfach unbegreiflich. Im Zweiten Weltkrieg kamen deutsche Soldaten ins Dorf Ligades und ermordeten 86 Bewohner. Als Racheakt für einen deutschen Offizier, der zuvor von Partisanen getötet worden war. Die Opfer, alle Zivilisten, die Hälfte waren Kinder. Die Wehrmacht zerstörte das Dorf bis auf die Kirche und die Schule. Erst nach 1950 hatten die überlebenden Bewohner die Kraft, hierher zurückzukehren und das Dorf wieder aufzubauen. Bis heute hadern die Bewohner mit den Deutschen, mehr als 70 Jahre danach. Die Deutschen kennen die Geschichte des Holocaust. Auch die Kriegsverbrechen in Osteuropa, aber nichts über die Verbrechen im Rest Europas. Sie haben die Vorstellung, dass die Verbrechen von der SS verübt wurden. Und die Wehrmacht, die reguläre Armee, nicht in so etwas verwickelt war. Die Deutschen führen derzeit den Dritten Weltkrieg in meinen Augen. Diesmal ist es ein Wirtschaftlicher, der unser Land ruiniert. Wir haben zwei Millionen Arbeitslose, vier Millionen leben unter der Armutsgrenze. Eine Entschädigung hätte es schon längst geben müssen. Das nützt zwar nicht den Opfern, aber es geht um die Moral. Es gibt ja noch viele andere Dörfer mit ähnlichen Schicksalen. Seit zehn Jahren gibt es im Ort dieses Mahnmal. Wichtig für das Gedenken, doch auch Kostas Papas findet, es muss noch viel mehr getan werden. Ein Besuch des deutschen Bundespräsidenten reiche längst nicht aus.